Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte, ich wohne in Thüringen, wir ernten aktuell Feld Nummer 60, Weizen, und wir schauen, jetzt fährt er aus, und wir schauen mal nachher, dass wir auf Feld Nummer 38 den Raps reinbekommen, und hier haben wir das kleine Problem, das kleine Dilemma, dass wir am zweiten Hänger ran müssen, das heißt, ein bisschen, aber das reicht gerade so, ein einziges Problem ist, wenn der halt wer ist, dann fährt er los, damit wir laufen wollen, dafür zu kommen, so schnell kann ich gar nicht reagieren, Na, das hat er ausgemacht, Energiefarmodus, Sparmodus gegen Schreifstoff, aber der wird gleich wieder starten, also muss ich bereit sein und Vollgas zurückgehen. Da ist der ist leer, ist zurück. Weiter. Jetzt muss ich wieder nach vorne fahren, es kommt der Rote hinterher und möchte mir in die Wäsche, an dem Motto, stehe ich mir im Weg. So. Jetzt bin ich im Dilemma, gut, dass der Rote nicht so voll ist. Ja, wo wir noch vorbeigefahren sind, dann komme ich ja links vorbei. So, Blick riskieren auf der Karte. Wie weit die Brüder sind. Einlass fertig. Das ist so, jetzt fahren wir mal kurz, kurz über die Richtung und helfen. Das ist so, jetzt fährt ja der andere, volle Bulle, ne? Und wir müssen jetzt versuchen, halbwegs da anzufangen, wo der andere ausfährt. Also, die Pfeile gehen jetzt in die Richtung. Also, ich fange jetzt hier vorne an. Wie weit erwartet. Wie weit? Wie weit? Wie weit? Wie weit? Wie weit?! Ja, jesters! man sieht und hört angenehm laut wobei der andere leiser ist da heißt es maschinentechnisch für einzustellen der braucht noch zeitmäßig 35 aber das gibt es ja auch nicht dann brauchen wir CWO 7,4 ja wir haben CWO und so ist kein Reifen da hat er Probleme mit der na gut er hat es ja geschafft wie man so sieht ist das ganz ok ich hoffe dass die Aufnahme sauber rüber geht so ist noch Kaffeezeit was ich kurz bei der Folge in einer Pause machen bäume haben wir auch noch wie voll ist der? äh 70% gerade schon 59 die waren davon und wir sind eigentlich schon voll so schlecht aber der fährt aus, das ist gut beziehungsweise das können wir nicht ändern wir müssen schauen dass wir da schnell weg kommen das ist das einzige Problem ja wir haben echt ich müsste bloß zurückfahren ich meine für den ersten wäre das gut wir machen das anders ich wollte da nur einsteigen und zwar werden wir hier den fahrer entlassen in der Hoffnung dass der unter anderem nicht enthaufen wird hab ich gedacht das ist typisch das Wurstblech ist aus da weiß ich was los ist und dann nach dem Motto jetzt rammen wir die gleich mal ach ne aber anders ging es nicht das 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 ist scheiß jetzt steht er da und kommt nicht weiter ne die aktivieren müssen die aktivieren müssen die aktivieren müssen das ist also ein schau mal schau mal mit der vor der laderung hinkommen und dann warte ja das ist das eine Sehr häufig. Ops. Ah, joh. Oops. Sollte man die Anzeige verkauft. Sollte es mal eine neue Version kommen, was ich mir glaube, aber ich glaube, er wartet auf Fabrikskript von Bot Company und das dauert noch ein bisschen, die sind noch beim Testen. Das heißt, wir werden uns noch gedulden müssen, bis die neue Karte kommen könnte, theoretisch. Bei war ja schon gewesen, aber ich denke, man ist ganz stark mit der Fabrik zusammenhängt. Was habe ich auch noch mit reinnehmen möchte? Jetzt. Und was ich extra machen möchte, kann ich verstehen. So, dann haben wir noch Zeit, wir haben nochmal ein bisschen Zeit haben wir noch. Also wir müssen ja verkaufen, das ist das Amt, wenn man das mit Geld zum Klingen könnte. Aber die Zeit werden wir nicht haben, wir werden gleich auf 12 ernten können. Wir haben Glück haben, können wir gleich auf 12 38 düngen. Aber läuft ja fast von alleine. Mal gut, dass wir so einen großen Fahrzeug haben, mit entsprechender Leistung. Sonst müssten wir so oft fahren. Da sind beide noch bei. Mit zwei Fahrzeugen aussehen, das ist sinnvoll. So bei 60 reicht ja der eine aus, theoretisch. Dann würden sich zwei nur blockieren. Aber so eingestellt, die man in der ersten müsste nicht funktionieren, zu zweit. Das soll ja auch schnell passieren, ne? So. Nehmen wir erst den roten oder den schwarzen? Nehmen wir erst den schwarzen. Hier ist die Performance etwas ungünstig, sei aber ganz ehrlich. Ich habe zu viel eingestellt, glaube ich, hätte ich normalerweise das packen müssen. Aber wie gesagt, die Karte ist dann auch nicht nach 9 Modus 154 optimiert. Das kommt ja auch noch dazu. Also für den Patch 1 und 4, da müsste man bestimmteile Gebäude umändern, um da die Leistung zu reduzieren. So. Ich kenne mich nicht so aus, aber so. Ich kenne mir das vor. So. Ich kenne mich auch noch zu schönen Samstag. Samstag? Samstag, ja schon. Samstag. Samstag. Den nächsten Morgen Sonntag. so hartwegs zurückkommen grunde müssen wir schwierig naja das spiel aus jetzt sollten wir umkommen die ecke also mittendrin ist ungünstig gewesen ich weiß so lange zu leise und 2000 kann es ja auch schwer einschätzen wir sind ein video an sie anhört gleich statt wenn man mir höre auf laufsprecher das wieder anders aber niemand eine aufzeichnung beides zusammen anhört sich meine stimme und mein lauter die abgebe und den lauf der maschinen ich kann nur schauen am diagramm also wir haben so wie die ausschläge sind eine anzeige von ton jetzt hier bei mir zum beispiel dass ich im gelben bereich bin teilweise kurz bis im roten bereich und die maschinen halt gerade so im gelben bereich so der muss leer sein dann bleiben wir mal stehen und gucken wir uns die brüder an also der ist fast leer müsste eigentlich automatisch hier voll holen der drüben ist auch leer der ist fertig aber er ist noch nicht fertig eine bahn hat noch zwei bahn hat noch aber der andere müsste gleich losfließen und sich neu holen wäre mal schön anzuschauen wie es funktioniert wenn es funktioniert aber wir kommen dem ende der folge entgegen dann sage ich mal schönen dank fürs zuschauen ihr dürft gerne kommentieren liken nö gerne gesehen anregungen kritik kommt mal raus damit wir machen dann noch kurz fertig da würde ich mir ganz kurz den rest die einstellung für die grafikkarte bis hin zu ziehen kann aber gar ich sag mal tschüß und hoffen wir sehen wir uns wieder ciao Bis zum nächsten Mal.